prismatic prelude prismatic prelude aber so ich glaube es hier am besten mage portal, fairy mage crown, sugar crown, hunter crown, tini's titans ich muss mages und hunters behalten mages und hunters behalten in chat wo er treasures into treasures into hunter, jins wukong wäre gut warwigs bin auch bald, living forge, at what cost, level 80 boss into so small level zone kastin raus, kastin raus, blitz twitch mit, blitz twitch mit, hunter so, gegner sind mage, wukong, nomsi 2 wukong, nomsi 3 wukong, nomsi 3 wukong, nomsi 3 so, doppel kastin raus, den rest mit shit, ich brauch zu stunner zurück, da sind wir hier, jetzt kriegen wir am blitz 2 stück kastin raus okay, ein gold na und ich will auch nicht lustremen Oh, keine Items. Das Ding ist einfach so ein Caretaker. Ich habe halt schon Units. Ich habe halt keine Items. Das Ding ist okay. Das ist okay. Okay, erstmal fies das Rumble 2. Das lässt sich nicht okay an. Wart sind wir jetzt hier, ist die große Frage. Was sind wir jetzt hier? Große, große Frage. Ich habe Rumble 2 und so. Eigentlich spiele ich die hier. Ich schlicht die hier erstmal. 6, 7, 8, 9, 10 Gold Heli hier. 3 Mages early. 2, 4, 6. Erstmal so. So, Gegner sind Witchcraft, Unity Edge, Scholar, Stoneplate. 2, 5, 6, 7, 10 Gold Heli hier. 2, 7, 10 Gold Heli. Test hammer-out elderly foot, 6, 8, 12 Gold Öl. So. Noch ein Rumble rein, was ich wollte. Witch, Advantage, Scholar. Die Uhr tickt, ne? Sein Scholar gewinnt eigentlich. Scholar gewinnt häufig, blitzt man auch außen. Shit. Ich krieg 6, 8 noch Items. Nice, Horaka. Sidestap. Easy. Hm, was sind wir hier? Okay, Sam. Claudia, ne? We won't. Oh, shit. So, was sind wir hier? Ich hab Belt und das war's. Kalista wär nicht contested, diese Runde. Smoldest contested, Rice contested, Kamas contested. Ich brauch Bow halt, ne? Ich brauch Bow halt, ne? Ich hab Belt. Tier. Fuck. The Cloak. Hm. Boom. Boom. Teilen 3 Mage. 6 Spielen. Backline damage. 3, 5, 6, 20. Oh, god. Ich brauch noch keine Direction. Suck so hart. Level 6 gegen der Item. Direction. 3 zu Level 6 war eigentlich ganz gut. 1. 2. 3 zu Level 6 war. 3 zu Level 6 war. 2. 3. 2. 4. 4. 5. 5. Ah, der ist Ari, der ist Der ist Er ist Hui, lassen wir Nix Nur Winstreak ist das Problem Ich habe nur Winstreak ist das Problem Raus Baut für die trotzdem, dann muss ich HD spielen, wenn ich das muss lernen Okay, also Ryze ist schon härter contested Witchcrumb ist auch Ryze wahrscheinlich Small, der wollte ich Gold Das Rumble ist ziemlich gut Ich muss das eigentlich nicht raustun Hulk Nuno Zick spielen Okay, das sind Olaf, Ryze Karma, Smolder, Ryze Sünder, AP auf jeden Fall Ari Oh, ne Ryze können wir nicht spielen Die sind alle Ryze oder nicht? Ryze ist auf jeden Fall härter contested Ist auf jeden Fall härter contested Kann ich sagen Ich will Mage rein tun Vielleicht das hier Willst du die Feuerwehr sehen? Ich weiß nur Mage schon einfach auch Boom, 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 boom Okay, ich hätte Belt, ich habe Bow, Bluff, Belt, Cloak, Stoneplate, Warmox Ich darf offen, ne Ich gebe überkehrte Ich gebe zwei Items noch Okay, Ryze, Ryze wird schwierig Ryze wird hart contested Der ist Karma, okay Zwei Ryze, einer Karma Einer Kastadine Kastadine Karrie Streak for neutrals forlorn That sucked Zu viel eigentlich Aber mit Kastadine Okay Keine Ahnung welche kommen Und ich bin ist das Problem Ich darf die Dings nicht picken Genau Ich darf die Dings nicht picken Seriously Like Vega weg, ist jetzt time Also irgendwann muss ich auch irgendwas committen Kommt mit Kast, gut für Mage, I guess Ja, let's go Vega weg, ist uncontested Wir können auch mal Was hitten hier dann Vielleicht Äh Ich brauch ein Economy Augment Letztes Augment Invested Oder so, wär gut Der Cloak Dann erstmal Ein Spark Aug Vielleicht Feast Class Als Tank So, wir könnten auch noch Karma spielen Notfalls Der Feenbruch für Mage Vielleicht Vielleicht können wir nicht mehr spielen So Vielleicht können wir nicht mehr spielen 4-4-7 Egal, wo brauch ich noch LOL XD Nice Äh, Glove Ich muss kurz chillen, ne? So Ich glaub nicht So Ich glaub nicht, sie Ari spielen können Ich glaub nicht 6 spielen Nico Falls wir irgendwie Karma high rollen So, wir sind last pick Cloak Glove Rot eigentlich Spark Glove kann auch Juul Garnet sein Cloak könnte also Stoneblade sein Aber ich hab Thieves das auch So Rot Chain Rot Chain Rot Chain Ansonsten FF Angle Oh, bitte nicht Vega, buddy Don't do it Mortog Verrass mich Alter, Mortog Du verteidst Fein Verdammter Schlinger, Alter Okay, ist das Rot eigentlich Spark? Ist das Rot eigentlich Spark, oder? So, Mortog Wehe Warum nicht Soraka Oder Blitzcrank? Du verdammter Oh, Mortog Du alter Griefer 32 Goal Ich lebe auch Für gar nichts Oh, Mortog Du alter Griefer, man So, wie ist das Chat? Mortog Strollt mich hier ein bisschen, oder nicht? Der Schlinger Strollt mich hier ein bisschen Ich kann nicht selber Ich wollte hier Conning Ich muss Level 8 auch erreichen, richtig? Oh, wir müssen 8 pushen Habt ihr fucking Oh, wir sind hier Karma Dingens Merke ich gerade Oh, wir sind hier Karma Dingens Chat Merke ich gerade Houston, wir haben ein Problem Können wir Edgar gar nicht spielen Okay, wir müssen putzen auf 8 Vielleicht können wir auf 8 den Hitten Oh Houston It's fine It's okay für die Comp Gewendet ist der wahre Carry in der Comp Ja Das ist nur das Erreichen Das Level 20 Gold 32 4er Streak Na Ich hab 4, 6, 7, 40 Gold Okay Okay, das ist Okay, das ist It's fine Like Gewendet ist der wahre Carry Items sind gut für diese Combo But please Und den Olaf It's fine Einers Karma auf jeden Fall Minimum Einers Karma Minimum Mega ist schon sehr stark Kann eigentlich nichts Reforged machen Ja, das wird Karma Dingens Ich muss 8 pushen So, Gegner ist Olaf Karma Olaf Ray Karma Fuck Scheiße Scheiße, Scheiße, Scheiße Chat Scheiße, Scheiße, Scheiße Chat Scheiße, Scheiße, Scheiße Scheiße, Scheiße Ist wieder Ganz, ganz leicht Giga Hardcore Contested Kann man hier so einen leveln? Eigentlich nicht Eigentlich nicht, ne Der hat Der ist 8,0 Gold Keine Karma God bless Der ist 8,50 Gold Level Level Aber der Wow Wir machen Es wird Gewenden Fiora Duo Carry Aber wenn ich hier gewinnen Muss ich leveln Anders müssen wir bis 4, 5 Schilling Lab up Gebt mir Hier Wird mir Item Geben Ja Actually Wir hatten Bart Und so Schon Reintun Können Ja 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 Glaube Ich So Das ist Noch zwei Runden Chillen denke ich er hat kein gold erinnert kaum golds wollen so dann brauchen wir noch glove-julled gauntlet wie gut ist das auf gewinnen das nash ist auf gewinnen das du von gewinnen ist okay eigentlich spark bluboff julled gauntlet eigentlich spark gewinnen bluboff nash ist und dann morelle irgendwann kam er das passt ne das kann raus das kann raus nami nami sie dann raus für die beiden die beiden rein ok mal gucken vielleicht gehen wir vega 2 und so vielleicht können wir trotzdem mage rollen mit einer runde den ollen das reicht 4 oder 2 gewinnen kma 1 er spielt rice god bless er hat auch schon 4 oder 2 aber es ist ok ich suche gewinnen ich hoffe nicht es ist ok ok so schnell und extra gold muss reichen rausschnell ne mage ist rausschnell ok wenn nasus rakan cara morgana brya super oh mein oh mein oh mein gott das wäre auch zu schön zu schön gewesen chat dann geld morelle irgendwann schnell runterrollen das habe ich auch schon mal verkaufen ne gehen wir gehen also gah das ist Fuck Fuck Jetzt gerade sieht es eher nach einem Mage Game aus, sag ich mal Jetzt gerade sieht es eher nach einem Mage Game aus, Chat Jetzt sieht es eher nach einem Mage Game aus, ja, an sich Okay Over here Ich habe das hier Hm Oh Fuck was, Giant Slam Rating Gun mit auf Gewinn ist okay Warte nur Gewinn 1 Er ist aber fast tot, okay der fliegt raus Nun sind wir in einem Pool Und er spielt Fiora Er spielt auch Fiora Gewinn halt Ja, das war eine Banane Ist das Problem Niemand erwartet die Banane Ich glaube euch hier Bart rein, Tony Scheiße Scheiße, Jet Jetzt habe ich hier eine Blödsinn herumstehen Zwei Gewinns, drei Fioras Drei Fioras, eine Gewin Kann man denn immer jede Runde so hart contestant sein? Mann, das ist crazy Das ist crazy Das ist crazy, Chat Das ist crazy, Chat I am only as wild as magic The answer lies in the end Velo I am only as wild as magic Ich muss langsam umstellen Ich muss langsam umstellen Upbreaker Step fast erstmal So Wir haben hier fast alles Das Problem ist Fast alles hilft mir halt nicht Fast alles hilft mir nicht, ne? Fast alles ist scheiße Er hat jetzt auch Gewinn 2 glaube ich Er hat auch alles, ja So Boom 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 Blue buff Blue buff Hello So So Angel is here Enux bug here Step fast here Nash is here Gun bit here Welt hier von au Okay Ich hoffe mir das reicht Ich brauche Gwen 2 unbedingt, ne? Ich brauche Gwen 2 unbedingt, ne? Ich brauche Gwen 2 unbedingt, ne? Ich brauche mir ein Radiant Item Aber die ist Level 1 Radiant Item über Level 1 Chat Nicht so gut Gwen ist der wahre Carry in dieser Combo Der hat Gwen 2 Er hat Gwen 2 Er hat Gwen 2 verkauft glaube ich Der eine hier Der eine hat Gwen 2 verkauft glaube ich Der hat auch Karma Kapital Das moisturizer mal Das war Oke Alles hart gut weis Wie são Ich brauche es Milios spielen Spiel noch Michelle your Glaube ich darüber Milios für Unmetimi Tim glaube ich was verbuggt Okay Ich suche ein Gewinn aus dem Kassel Dann kann sie vielleicht Carrying Das Goller-Ding ist Das ist am streaken Ari 3, Rice 2 Gwenn 2, fuck it, Gwenn 2 und wir können gewinnen Come on Äh, what? Hier ist Fiora 2, aber der gibt mir Milio Da ist Milio Fiora ohne Items, ich guess Ah, schade, keine Gwenn Ja, Gwenn 2 ist der wahre Carry, wie gesagt Ja, mit einem Spark zusammen ist das so richtig gut Da habe ich Magic Band für Double AP Carry Das ist ziemlich gut, jo So Wenn du Winn Combat Freitgewinne bekomme ich Stuff Barth, who cares Who cares, Chat So, Gwenn 2, please carry me, buddy Der ist Level 9, shit Aber der hat kein Damage, richtig Der fliegt raus Aber der hat keine Gwenns, die in den Pool wiederkommen Der hat 5 Fiora Scheiße, Mann Scheiße, warum sind wir jede Runde so hart contested, Chat Warum habe ich Caretakers chosen? Ich hätte einfach Vega Maze spielen können Hey, come on, Gwenn Gwenn, wir können gewinnen Ich muss ein Level 9 noch gehen irgendwann Das ist das Problem Gwenn, wir können gewinnen Come on Come on, man Wird der hat auch Gwenn Sich gerade Scheiße Wird er auch Gwenn Eine Gwenn Vier Gwenns Vier Gwenns draußen Gwenn, come on Snipe mal die gegnische Gwenn 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 Okay, Rage Rating Gunblade War nicht schlecht, ne War nicht schlecht Nice Gwenn wieder im Pool Come on, Morddog Come on, Mann Lass mich einmal hinten Lass mich einmal hinten, Mann Warum lässt du mich viermal zu dritt Und hast du vierfach Contested spielen, du Schlingel So, Remover Fuh Fuck Es ist fein Es ist fein Nicht im Gung Fokus Oder einfach Poggo So Magic Magic, ne Drenklau ist gar nicht so schlecht Drenklau ist echt gar nicht so bad Der neun komme ich nicht Oh Okay 21 AP Boah, ist Briar 1 Wenn ich nicht Briar 1 füttern Ich würde es nicht Briar 1 füttern Nice Keine zweite Tam-Ulti Okay, wir können Fiestas auch Gwenn What the fuck Die Aria hat meine Dings gewonshottet Gwenn gewonshottet Poggo Huuu Let's go Vor dem Chef Im Geschäft Chat Was ist das? Sunfire Kek W Keine Schlingel, Mann Morddog Alter Crazy Angle Crazy Angle Crazy Angle Crazy Angle Wie viel Gold hab ich denn geräumt gerade Okay Okay It's fine Hast du Camille, ne Camille möchte hinein Camille möchte hinein Camille möchte hinein Shit Ich hätte das Locken sollen vielleicht Das Locken sollen shit Der hat aber auch kein gutes Morddog Du verdammter Schlingel Mann Jetzt Locken müssen Nicht Locken müssen Shit Entschuld Shit, ich hätte es Locken müssen Okay, das können wir nicht Locken So, Breuer aus dem Kassel Ansonsten kann wir Locken hinein, ne Ansonsten Ansonsten Items für Fiora Oder noch ein Tank Item Anstatt Sunfire vielleicht Dann noch eine Ulti Geile Ich hab halt keinen Ich hab keinen Kaum mit Charm Es kommen mit Charm Diff Wahrscheinlich Leider Ansonsten 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 Charm Ansonsten 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 Rutschlinger